Es war ein super Tag, ein perfekter Kurs, hat Spaß gemacht, habe hier zum ersten Mal gespielt, hat die Back9 mit Thomas gespielt, hat super Golf gezeigt, konnte ab und zu mithalten, den oben leider ein bisschen verloren, aber hat ein gutes Mesh am Laufen, hat viel Spaß gemacht, danke dafür. Ich denke, es war sehr spannend, ich bin ein bisschen nervöser, aber das erste Schuss war sehr gut, das war ein bisschen die Pressure auf meine Schulter, aber es war großartig, zu sehen, dass er so großartige Balls hat, sogar seine Misser sind noch auf der Green und auf der Fahrerweg, es war großartig, es war großartig. Great Erfahrung, all day long. Ich habe wirklich die Runde mit Thomas gefühlt, es war wirklich ein Ehre für mich, weil ich auch aus Belgien bin, und es war sehr beeindruckend, wie er die Ball immer in der Südspot gefühlt hat. Ich habe wirklich gefühlt, danke für uns zu inviten. Ich bin von Holland, und ich dachte, ich könnte ein bisschen spielen, aber jetzt habe ich Thomas gesehen. Ich denke, ich gehe zurück zu den Übersetzungen, und versuche ich ein bisschen zu spüren. Ich habe heute einen tollen Tag gehabt mit Thomas Peters auf der Hummelbach Aue von Callaway gesponsert, hat riesen Spaß gemacht, das Wetter war super, mein Caddy hat mich großartig unterstützt, und ein Loch konnte ich ihm auch abnehmen. Ja, es hat sich wirklich gelohnt, bei traumhaftem Wetter, und cooler Typ, der Thomas Peters. Ja, das war richtig, richtig Spaß mit Thomas heute zu spielen. Ich lernte auch sehr, sehr viel. über mein Spiel und am meisten über das Kurzspiel, an wie wichtig das Spiel ist. und es war eine riesen Ehre mit ihm zu spielen. und ich bin das für immer, für immer ... In Erinnerung bleiben. Ja, genau. Ja, ich glaube ein mega Tag, ein mega Event. Die Konditionen, die Bedingungen könnten besser nicht sein. Wir hatten ein erstklassiges Wetter, wir hatten einen hervorragenden Golfplatz, wir hatten richtig gute Flightpartner, wir hatten richtig Spaß. Wir haben Thomas auch ein bisschen Druck gegeben. Wir lagen noch zwei auf, bis zur 16 und haben dann unglücklich auf der 17. und auf der 18 haben wir dann gedacht, wir lassen ihn zumindest den Old Square nach Hause gehen. Also es war gigantisch eine Erinnerung, die glaube ich sehr, sehr lange bei uns verankert bleibt. Ja, war ein spitzen Event. War ein absolutes Highlight. Herzlichen Dank. Ganz großen Dank an die Golfpost. Und vor allem an Galloway auch. Und ein ganz tolles Spiel mit Thomas Peters. Sehr netter Kerl. Guter Smalltalk. Macht viel Spaß. Das war's. Heute habe ich einiges Spaß gemacht. Es hat es mit wissen, komisch eingelächteren Menschen und ein guter Jungen, die wirklich lustige Spieler sind. Es ist ein sehr, hörbar auch die neue Jailbreak-technologie und die Fahrzeuge. und ich bin froh, dass alle die neue Epic spielen können. Es ist ein schönes Tag, schönes Wetter, es kann nicht mehr sein.